Hey Leute, ich habe für euch eine großartige Möglichkeit und auch eine großartige Chance. In der letzten Zeit kamen ja nicht so viele Videos wie Pro X oder sowas. Das soll sich aber ändern. Ich will wieder regelmäßig Videos bringen und brauche dafür aber eure Unterstützung, weil ich das sonst zeitlich nicht packe, bei dem ganzen Stuff, den ich sonst noch so mache. Das heißt, ihr habt Möglichkeit, Teil des PerkX WWE Teams zu werden. Ich brauche einen Skriptschreiber und einen Cutter, am besten jemanden, der beides kann. Wenn ihr das drauf habt, dann meldet euch. Ihr werdet im Gegenzug auch was davon haben. Ich weiß noch nicht, ob es jetzt ein Gehalt sein wird oder ein anderer Mehrwert. Es wird sich auf jeden Fall für euch lohnen, da mitzuarbeiten. Was ihr mitbringen solltet, ist die Begeisterung von Wrestling und auch Wrestling-Fachwissen natürlich, Recherche-Skills, Zuverlässigkeit und zeitliche Verfügbarkeit. Schick deine Bewerbung an perkX WWE at gmail.com. Die ganzen Infos auch nochmal in der Videobeschreibung mit Alter, Telefonnummer, also deiner Handynummer, dass ich dich kontaktieren kann. Und überzeuge mich davon, dass du der richtige Mann bist fürs Team. Und da bin ich sehr gespannt auf deine Bewerbung. Schick die ein und dann bist du vielleicht schon bald Teil des perkX WWE Teams. Danke dir. Ich freue mich drauf.